Einen wunderschönen guten Tag, ich bin der Achim Petry und ich wünsche allen Freunden von Schlager.de ein frohes Weihnachtsfest und einen ganz tollen Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. Tschö. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Zeit, die ist sehr kostbar. Und dann wünsche ich euch einen ganz tollen Start in das neue Jahr 2018 mit ganz viel Glück und all dem, was ihr euch wünscht. Und vor allen Dingen mit ganz viel Gesundheit, denn das ist das Allerwichtigste. Ich wünsche euch alles Liebe, eure Alex Rosenrot. Hallo meine Lieben, ich bin die Aline Alexander aus der Schweiz und ich grüsse euch alle ganz herzlich hier auf Schlager.de. Ich wünsche euch frohe Festtage, ein gutes neues Jahr und bis bald wieder in Deutschland. Viele Bussi, tschüss zusammen. Ja, hallo meine Lieben, ich wünsche euch ein schönes, schönes Weihnachtsfest dem ganzen Team von Schlager.de und natürlich meinen Fans, den Fans von Schlager.de. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Genießt die Feiertage, feiert fleißig, lasst es euch richtig gut gehen, esst euch gut voll. Das ist egal über Weihnachten. Und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wünscht euch eure Angelik. Frohe Weihnachten wünsche ich Schlager.de und dem Schlager.de Team und auch einen guten Rutsch und alles Gute fürs neue Jahr und weiterhin viel Erfolg mit eurem Format. Hallo liebe Schlager.de Team, ich wünsche euch von ganzem Herzen jetzt schon mal frohe Weihnachten, ein frohes Fest, dem ganzen Team von Schlager.de, alles was da drumherum hängt. Und vielen, vielen Dank für euren Support, euer Dennis Kranz. Komm doch mit zur Christmas Party, schenk mir heute ein Herz. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, eine gemütliche und besinnliche Zeit mit all euren Liebsten und vor allen Dingen ein glückliches 2018 mit viel, viel Gesundheit. Bis dahin, alles Liebe, eure Eva. Hallo liebe Fans von Schlager.de, hallo liebe Fans von Herztattoo. Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Und unterstützt weiterhin Schlager.de und alles Gute. Liebe Freunde von Schlager.de, ich wünsche euch ganz schöne und besinnliche Weihnachtsfeiertage. Leider habe ich keine Rose für euch, aber dafür wünsche ich euch ein ganz schönes Weihnachtsfest. Euer Johannes. Hallo liebes Team und liebe Fans von Schlager.de. Hier ist Julia Bender und ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit mit einem Hinstaat ins neue Jahr. Wir sehen uns, tschüss sagt, eure Julia. Ich wünsche ein frohes Weihnachten, das ganze Schlager.de Team. Und gute Rutsch ins neue Jahr. Hallo, hier ist Kerstin Ort und ich wünsche euch ganz, ganz tolle Weihnachten und rutscht alle gut rein. Wir sehen uns in 2018. Tschüss. Hallo liebe Freunde, liebe Fans, lieber Schlager.de. Die besinnlichen Tage stehen vor der Tür. Weihnachten kommt und ich wünsche euch und alle, die mich noch wahrscheinlich kennenlernen möchten, alles, alles Gute, besinnliches Fest mit eurer Familie und denkt daran, der Winterspeck, der muss irgendwann auch wieder runter. Also nicht so viel essen, lasst euch reich beschenken und danach kommt Silvester. Einen guten Rutsch wünsche ich euch dann auch noch. Frohes Fest, euer Marc Koch. Tschüss. Hallo, mein Name ist Matthias Eicke und ich wünsche allen Lesern von Schlager.de ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, sowie dem gesamten Team von Schlager.de. Viel Spaß und guten Rutsch. Hallo, liebes Team von Schlager.de. Hier ist euer Norm Langen und ich möchte einfach mal Danke sagen. Danke für den Support und danke für die Unterstützung, die ihr mir schon so lange entgegenbringt. Ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt und dass man sich bald wieder sieht. Euer Norm. Tschüss. Hallo, hier ist der Peter Sebastian. Seht ihr Schlager.de? Schlager.de und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Macht das Beste draus. Ruft eure Freunde an, die ihr schon lange nicht mehr gesprochen habt. Und man freut sich wirklich, meinen Anruf von euch zu bekommen unter Schreibt doch mich an bei Facebook. Ich bin für euch da. Also, wenn es draußen schneit und sich die Straßen glätten, dann wird es Weihnacht. Wollen wir wetten? Tschüss. Frohe Weihnachten. Hallo, liebe Freunde von Schlager.de. Ich bin Philipp Müller und ich grüße euch heute hier von dem wunderschönen Winterdorf in Leverkusen, an dem es heute schon das erste Mal geschneit hat. Unglaublich. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit und ich hoffe, dass ich mit meinem Titel Weiße Weihnacht, ja, euch auch so ein bisschen eine schöne Stimmung nach Hause bringen kann. Ansonsten danke ich euch für dieses wunderbare Jahr. Ich war so viel unterwegs, vor allen Dingen auch in den jetzt noch kommenden Terminen. Jetzt sind noch irgendwie 18 oder 20 Termine dieses Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ihr einfach dabei seid und auch immer über mich berichtet. Vielen, vielen Dank für alles und bis bald. Euer Philipp. Hallo, meine Süßen bei Schlager.de und natürlich die fantastischen Fans, die diese Seite immer täglich anguckt. Also, ich wünsche euch eine tolle Weihnacht, natürlich einen wahnsinnig super Rutsch ins neue Jahr und ein toller 2018. Wir sehen uns nächstes Jahr. Ich habe viel zu tun. Ich schaue natürlich auch auf meine Facebook-Seite. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Und nochmal zu Schlager.de. Danke, dass ihr mich so kräftig unterstützt habt die letzten Jahre. Es ist schön, euch auf meiner Seite zu haben. Tschüss. Oder an meiner Seite, wie man sagt. Auf ist auch gut. Tschüss. Hallo, liebe Schlager.de Leser und Leserinnen. Hier ist Sven Prudenz. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr und bleibt vor allem gesund. Vielleicht sieht man sich im nächsten Jahr bei dem einen oder anderen Auftritt. Ich würde mich freuen. Euer Sven. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes, frohes, glückliches neues Jahr. In diesem Sinne, euer Jäcker Willi, auf das wir 2018 weiter rocken. Mache die Hut, schwing die Hut. Tschö. Hallo, liebes Team von Schlager.de. Hier ist euer Antonio. Ich möchte euch von ganzem Herzen ein frohes Weihnachtsfest wünschen, ein besinnliches Beisammensein mit euren Familien und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, darüber hinaus möchte ich natürlich auch nochmal vielen, vielen lieben Dank sagen für euer Support und dass ihr uns, mich und die Kollegen so toll unterstützt. Dafür ein riesen Dankeschön und ja, ich hoffe 2018 sind wir für euch da und ihr wieder für uns und wir hoffen auf eine tolle Zusammenarbeit. Ich sage von ganzem Herzen vielen lieben Dank für euer Support, für eure Berichte, für eure Dokus. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. So, in dem Sinne sage ich jetzt einfach Ciao und wie gesagt, nochmal alles, alles Gute fürs neue Jahr an das ganze Schlager.de Team. Ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch. Euer Antonio P. sagt vielen lieben Dank. Euer Antonio P. sagt vielen lieben Dank. Alav zusammen. Ach Quatsch, ist ja Weihnachtszeit. Ja, ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit, den ganzen Fans, den ganzen Künstlerkollegen und auch dem ganzen Team von Schlager.de. Lasst euch alle reichlich beschenken und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr mit viel neuer toller Musik, dass wir alle zusammen wieder viel Spaß haben und zusammen feiern. Bis dahin, macht's gut. Hallo ihr Lieben, wir sind wir und wir wünschen Schlager.de und allen Fans und Freunden von Schlager.de ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest und mit ganz viel Liebe und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald ihr Lieben. Bald gibt's übrigens was Neues auf die Ohren. Ich sag nur eins, zwei, drei. Liebe Schlager.de Team, heute grüßt euch Zeitflug von der Christmas Avenue hier in Köln. Wir danken euch riesig für den Support, den ihr uns entgegengebracht habt im letzten Jahr. Es hat uns wirklich gefreut, dass ihr immer dabei wart, dass ihr immer mit vor Ort wart, dass ihr tolle Bilder, tolle Videos mit uns geshared habt. Und hoffen auch im nächsten Jahr wieder fleißig, fleißig, fleißig auf Comments, auf Posts, ja. Und ja, sagen einfach mal ganz, ganz herzlichen Dank, also auch im Namen der beiden Jungs. Sie können es aber auch gerne nochmal selber sagen. Vielen Dank. Dankeschön. Genau. Also wir wünschen natürlich auch ein ganz... Hohe Weihnachten. Ja, wir wünschen natürlich auch frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Und wie wir es eigentlich immer machen, singen wir natürlich auch was für euch. Und zwar Do the Noits Christmas. Eins, zwei, drei. Feed the world, let them know it's Christmastime and feed the world, let them know it's Christmastime and feed the world. Ein Weihnachtsraum, friedlich und leise, auf unsere Weise im Weihnachtsraum, ist es wie damals, als du noch bei mir warst. Ne, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir und euch auch, liebe Leser, und vor allen Dingen den ganzen Team von Schlager.de, eine schöne, schöne Weihnachtszeit. Und ja, einen ganz tollen Rutsch auch direkt hinterher ins neue Jahr. Hallo, liebe Leser und hiermit in diesem Moment auch Seher und Hörer von Schlager.de. Ja, ich komme gerade von einem meiner Auftritte. Und zwar habe ich gerade auf der Bühne gestanden als Bürgermeister beim Bibi Blocksberg Musical Hexen, Hexen überall. Ihr wisst ja, der aufmerksame Leser und Betrachter weiß ganz genau, der Maiko Klaassen steht nicht nur als Schlagersänger auf der Bühne. Nein, ich mache auch Musical und unter anderem Servus Peter, Bibi Blocksberg, wie gerade erwähnt, und auch Conny das Schuhmusical. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Und deswegen sehe ich noch so ein bisschen, wie hier am Kopf, vielleicht noch ein bisschen Schminke auch noch zu sehen. Aber ich wollte einfach nicht verpassen, euch heute auch noch einen schönen ersten Advent zu wünschen. Und wo wir gerade in der besinnlichen Weihnachtszeit sind, möchte ich euch natürlich ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Also, ja, und kommt alle gut ins neue Jahr. Und in diesem Sinne freue ich mich darauf, dass wir uns vielleicht bei irgendeiner Veranstaltung, wo ich dann auf der Bühne stehe, dann auch wir uns wiedersehen. Also, bis dahin, ich freue mich auf euch. Euer Maiko Klaassen. Tschüss. Hallo, meine Lieben von Schlager.de. Ich bin Tanja Lasch und ich wünsche euch tolle Weihnachten, ganz, ganz viele besinnliche Stunden im Kreise eurer Leben. Und natürlich auch einen guten Rutsch ins Jahr 2018. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr. Und bis dahin sage ich Tschüss, eure Tanja. Hallo zusammen. Mein Name ist Steffen Jürgens und ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen und dem gesamten Team von Schlager.de eine schöne vorweihnachtliche Zeit wünschen und natürlich auch ein besinnliches Weihnachtsfest mit lieben Menschen an eurer Seite. Einen guten Rutsch, ganz, ganz viel Gesundheit, Kraft und Power für das Jahr 2018. Danke auch dafür, dass ihr über eure Plattform den deutschen Schlager oben haltet, dass ihr euch immer wieder neue Sachen einfallen lasst und dass ihr mit guten Leuten zusammenarbeitet, die den Schlager leben lassen. Dafür Dankeschön. Bleibt gesund. Bis ganz bald. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ihr, euer Steffen Jürgens. Hallo liebe Fans von Schlager.de und liebes Team von Schlager.de Ich danke euch ganz, ganz herzlich für all euren Support dieses Jahr und ich wünsche euch jetzt eine ganz, ganz besinnliche Weihnachtszeit. Genießt die Zeit mit euren Liebsten und hoffentlich bis bald und bis nächstes Jahr. So, der Schneeball, der schmilzt schon. I'm dreaming of a white Christmas. Liebe Hörer und liebe Leser von Schlager.de, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Alles Gute für euch. Eure Christina May. Achso. Ja. Hier ist pures Glück. Hi. Und wir grüßen natürlich erstmal alle Fans und Zuschauer von Schlager.de. Genau. Dreh mal auf der anderen Seite, da steht's. Genau, da steht's. Okay, okay. Ja, schwuppdiwupp ist das Jahr schon wieder rum. Es geht so schnell. Ja, wir möchten an dieser Stelle mal echt ein fettes Dankeschön sagen, dass ihr uns so toll unterstützt habt, dem gesamten Team. Denn, ja, ohne, wir sagen es immer gerne, ohne euch funktioniert nix. Genau. Und wünschen euch von Herzen natürlich. Eine schöne Weihnachtszeit, ne. Genießt sie, trefft euch mit eurer Familie. Habt schöne Abende oder Tage. Und, ja, eine besinnliche Zeit, oder? Ja, das wünschen wir euch von Herzen. Und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Und dass es mindestens so erfolgreich wird für uns wie für euch. Auf jeden Fall. Ja, was sollen wir euch noch wünschen? Das Wichtigste. Gesundheit. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Sagt der Christian. Und der Ralf. Pures Glück. Seid tschüss zusammen. Tschüss. Hallo, ihr Lieben von Schlager.de und alle Schlager.de Fans. Es ist ja bald wieder soweit. Bald ist wieder Weihnachten. Vor kurzem war ja Nikolaus. Und ich hoffe, ihr kommt alle gut ins neue Jahr. Feiert aber vorher noch Weihnachten schön kräftig. Lasst euch kräftig beschenken und ehrt eure Liebenden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe und Glück der Welt. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr natürlich auch wiedersehen. Dieses Jahr war ja schon der Hammer mit euch. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächstes Jahr 2018 mit euch. Bis dann. Tschüss, euer Michael Fischer. Ho, ho, ho. Und schöne vorweihnachtliche Grüße von uns, von Neon. Vom Bochumer Weihnachtsmarkt. Da hinten seht ihr den Glühweinstand. Wir hatten heute Fan-Treffen bei diesem katastrophalen Wetter. Aber es waren relativ viele Leute da. Also vielen Dank für alle, die gekommen sind. Und alle anderen haben natürlich noch die Chance, uns hier auf dem Weihnachtsmarkt zu sehen. Bis zum 23.12. sind wir da. So, apropos hier diese schöne Mütze. Ich wünsche euch allen eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit. Und das ist ein super Hinweis. Wir haben nämlich mit dem Mallorca Cowboys eine Single gemacht, die heißt Weihnachtszeit. Die ist jetzt immer zum Download verfügbar für ein stimmungsvolles Weihnachtsfest. Und falls ihr noch irgendwie eine Idee braucht für ein Geschenk unter dem Tannenbaum, wir machen am 8.4. ja unsere große Release-Party in Essen. Also wer noch Karten braucht, für 10 Euro gibt es sie entweder hier bei mir am Stand oder über das Internet. Schaut mal auf unsere Webseite. Das wird das günstigste, beste Weihnachtsgeschenk, das wir jemals hatten. Mega, mega gut. Also, liebe Schlager.de Freunde, euch eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Bleibt alle gesund. Und falls wir uns nicht mehr sehen, alles Gute. Auch schon mal einen guten Rutsch bis neuem Jahr. Und dann sehen wir uns da. Bis dahin. Alles Gute. Hi, Schlager.de. Hier ist Eloy. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Und wir sehen einander bestimmt im 2018. Ich freue mich. Ciao. Hallo, liebe Leute hier bei Schlager.de. Mein Name ist Philipp Goddard und ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Heute aus dem Haus Böhmer schicke ich euch weihnachtliche Grüße. Ich wünsche euch eine wunderbare Adventszeit. Ich freue mich sehr über euren Support das ganze Jahr, über eure Unterstützung und hoffe, dass es auch im nächsten Jahr so weitergeht. Frohe Weihnachten für euch alle. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Glück, Erfolg und Gesundheit wünsche ich euch von Herzen. Vielen Dank. Hallo, Schlager-Freunde. Ja, es ist soweit. Weihnachten steht vor der Tür. Somit möchte ich euch allen und natürlich auch das komplette Schlager.de Team ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest wünschen und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Bleibt gesund und bis bald. Euer Sebastian. Tschüss. Hallo, liebe Leser von Schlager.de. Ich bin Matteo Mancus Bock und ich wollte euch wünschen eine ganz, 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 ganz große Frohe Weihnachten und eine ganz gute Rutsche in 2018. Ich liebe euch und ich wollte einfach Danke für alles sagen, für euren Support und für alles Jahr. Also, wir sehen uns bald und tschüss. Ciao. Hallo, liebe Freunde von Schlager.de.de. Mein Name ist Max Weyers und ja, ich wollte euch nur mal ganz tolle Grüße von Ikea aus richten und natürlich euch eine besinnliche, schöne Weihnachtszeit wünschen. Ja, ich bin jetzt gerade in meinem wohlverdienten Weihnachtsurlaub, aber mitten im Umzug, das heißt, ich arbeite fleißig, deswegen bin ich auch bei Ikea, müssen ein paar neue Sachen gekauft werden. Auf diesem Wege möchte ich euch ganz herzlich danken für die tolle Unterstützung von euch, an meine Fans, an alle Fans von Schlager.de, an Gabi Breuer-Konze für die schönen Videos und Fotos und natürlich an Gregor Nebel. Danke. Wir sehen uns auf jeden Fall in irgendeiner Veranstaltung. Bis bald. Euer Max Weyers. Kommt gut ins neue Jahr. Bis dann. Ciao. Hallo, ihr Lieben. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ich wünsche euch einen ganz tollen Rutsch ins neue Jahr 2018. Bleibt alle, wie ihr seid und ihr wisst, Hashtag macht euch teure Momente. Alles, alles Liebe, ein dickes Herzchen und ein dickes sommerliches Bussi. Eure Tanja Sommer. Ciao. Hallo, liebe Fans und Freunde von Schlager.de. Hier ist der Tim im schönen Ischke mit einem Wahnsinnsausblick, ganz viel Sonne und super viel Schnee. Und ich wünsche euch ein frohes und besinnliches und gemütliches und entspanntes Weihnachtsfest. Auf ein neues Jahr 2018 und auf ganz, ganz viele neue, schöne, coole Lieder. Liebe Fans von Schlager.de, ich bin gerade auf Weihnachtsturm mit Stefan Ross und ich wünsche euch von Herzen frohe Weihnachten. Habt schöne Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr 2018. Ich freue mich sehr auf unser Wiedersehen und vor allem auf den Start unserer gemeinsamen Reise von Mannheim bis New York. Musik Du denkst an das Jahr, siehst noch einmal, was war und du fragst dich, was schlicht oder gut. Musik Das Jahr geht zu Ende, die Kerzen verglühen, doch das Licht leuchtet weiter in dir. Musik Das Jahr geht zu Ende, die Kerzen verglühen, doch das Licht leuchtet weiter in dir. Musik Hallo liebes Schlager.de und hallo liebe Zuhörer. Hier ist Maria Bonelli und ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit und viele unbeschreibliche Momente. Ich sag nur, lass dich umarmen. Tschüss, bis bald und Happy New Year. Ciao, ciao. Musik 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 Musik